Herzlich Willkommen zur nächsten Runde OX2, achso. Wer ist jetzt Pharah? Ich, wir spielen nicht Pharah Mercy, ne, oder? Okay, nice. Ich muss nicht Pharah Mercy spielen. Echt? Okay. Ja, perfekt, Hanso. Na, no, Dragon. Ja, wir haben einen Zähler, aber wir haben einen Pfeier. Na, no, Dragon. Na, no, Dragon. Ja, geil, sie ist bei mir, hey. Oder du versuchst Junkrat. Die werden safe mich countern. Nein, werden die nicht. Du kennst das Game. Ich weiß. Die Junkrat haben die vier Counter. Mindestens. Das ist so dumm. Das ist eine andere Runde. Pass auf, die haben Ash. Drei, zwei, eins, die werden Ash haben. Die haben Sim. Und Reinhard. Und Soldier. Ja, okay, Reinhard. Das ist nice. Reinhard bitte. Dankeschön. Sim schläft. Lass dich schlafen, lass dich schlafen. Lass dich schlafen, lass dich schlafen. Lass dich schlafen. Oh, ich muss nachladen, 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 nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. Jetzt bin ich wieder da. Unsere Mercy fliegt ja auch schon durch das ganze Schlachtfeld. Weg. certificate auf der ersten bez detection conference Aber hier, bloss angebellt. Der hat mich auch erwischt. Übersage laguernd. Anlucky, Merci,ifen Ok. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. KK. Wie hat er den nicht getroffen? Auch da, wo du's getroffen hast, oder was? Ja. Weißt du? Tja, das ist dumm. Die Turrets, die Turrets, die Turrets, die Turrets. Wo ist Winston? Da oben. Hier, mein buddy. Die sind alle low, die sind alle low. Was? Äh. Ich brauche eine Verhaltung. Ich bin voll, danke schön. Jetzt kommt Shredder. Jetzt kommt Shredder. Boah, das ist lieb. Wer hat den auch geweckt. Ich hasse denjenigen. Ich hasse den Bad. Sehr schön. Oh ja, das ist ein paar One. Wo seid ihr hinter dir, ne? Wer ist hinter mir? Alter, willst du mich achten? Achso, Leute. Aber pfft. Das ist doch der Gegner. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. 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 Nice. Oh mein Mann ist das? Entfernt die Schädel nicht? Ja ich weiß Matai Jetzt kommt die Schädel Hey, hey, payload Ja, mich auch Oh, ich hab alle gegen Anti Um Das war viel Damage. Bist du Nano? Geil. Reaper hier irgendwo. Schießt auf unsere Mercy. Äh, what? Hanso hat mich getroffen, wie auch immer. Hanso hat mich auch getroffen. Hallo, bitte. Warte, ich versuch's. Okay, man ist fertig. Nice. Reaper irgendwo oben? Ich verhalte ja, aber bei mir ich verhalte. Ich hab ihn einmal getroffen. Hast du gesehen? Ja, ich bin ein Schlafer. Oh, ich hab dir Nano gegeben. Hab einen getroffen. Oh Gott, sorry. Ich muss Tank heilen, ich muss Tank heilen. Leute, hallo. Wie die Mercy Master Gold und ich halt. Alter, das ist so scheißgerecht da, ne? Warum sind die da hinten? Ähm. 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 Was denn? Die sind beide tot. Ich kann dich da oben nicht heilen, Master Goblin, ne? Nein, warte. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, huge. Das überleben wir nicht, Master Goblin. Das überleben wir nicht, Master Goblin. Das überleben wir nicht, Master Goblin. Also, schlieb. Schlieb? Ja. Hä, wie hat mein Nate Ramatra nicht getroffen? Aber Reinhard schon. Die warten neinander. So, Spiel. Okay. Ich hab gleich. Ich hab 85. Aber die haben jetzt. Die Metalguard ist halt gemein. Aber Reifer auch irgendwo. Und ich hab nen Shatter. Ich hab nen Shatter. Heifer. Hab ihn ja mal getroffen? Ey ey ey. Auch der heim wollte Ramatra nicht heilen. Ja, Account auch hilft. Ha, Reavers lebt. Statement? Ich hab den zweitmeisten Damage nach ihm. Ja, nur auf Tank geschossen wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Einer hat nichts gebracht, einer bringt nichts. Ja, komm. Da muss ich einer von Heilungen aber ein bisschen verabschieden. Echt findest du Tankdiff? Better than you. Ja, also ich finde deren Kleiner deutlich besser als unser Tank. Ich hätt alle Finger auf Bap gezeigt, aber okay. Ich bin nicht einmal gestoppt. Ich bin auch nur gestoppt wegen unserer Ult. Digga, ich kann nichts machen im Auto. AIM. Kein Gegner ist da und außer AIM. Au. Da Brieger? Ja. Ah, also. Kein Kampf. Nachbar. Si, nae reineer. Ich bin jetzt nicht. Ich King! Du hast immer noch Heilung? Du hast immer noch Heilung? Erstmal selbst beneißen, ne? By the way. Irgendwo Reaver! Irgendwo Reaver TV! Oben, 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 oben! Sieben, Achtung! Ich weiß, ich bin weg. Ich wollte eigentlich unseren Tank heilen. Okay, okay. Sehr schön. Weeper, Weeper, auf mir. Den No-Mods. Mach nichts, aber mach nichts. Dann bist du okay. Mann! Zude? Warum sie? Wer ist die eine, die ich konnte früher da gewesen? Soll ich es zu euch ulten? Du musst nicht mal an. Du musst nicht mal an. Ich tu mir das an. Die Supporter halten das. Okay, nicht mehr. GG! Ja, ein Tod nur. Okay. Diese Sekunden waren sie jetzt auch nicht. Naja. Alter, du hast einen Losing Trip gerade, ne? Aha. War Bob. War meins lieb. Okay. Okay. Achja, dann nochmal dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschülbüüdü. Vielen Dank.